Ah, komm, jetzt kriegen die es richtig. Ich bin jetzt verkacken, weißt du das, weißt du das? Wahrscheinlich. Ey, das war ein Torschuss von mir. Oh, komm zu Papa. Wo ist der Ball? Da ist er doch. Da ist er doch. Just do it. Oh, nein. Welchen Schwack macht der denn da? Oh, mach das aber auf. Oh, steht doch mit all, du alle vier auf der Linie, man. Alter, das ist ja so, als wenn wir hier gerade wieder... Oh, Alter, hör mal auf. Weg von der Linie, du schnittst. Mit acht Leuten hier. Na gut, mit vier. Ich stell uns alle ins Tor, ins Blaue. Kleins Tor hier. Parade. Ach, du hast keine Parade, das war keine Parade. Tor. Da hab ich sogar ein Tor. Ihr habt ja doch gekauft, Mann. Ihr habt ja doch gekauft. Na gut, so kann es bleiben, insofern Nummer die Letzte ist. Ich befürchte, es bleibt dazu. Ich befürchte das schon, weil ich dribbel hier hinten in der Ecke. Jetzt vier Minuten zwanzig. Achtung. Das ist eine ganz andere Zeit. Ja. Naja, mit Verlängerung, hab ich eingeregnet. Also. Oh, Menno. Ja. Ich muss da hin, ich muss da ins Tor. Ich muss da mit ran. Ja. Ich muss ihn halten. Alter, hau mal ab da jetzt. Hau mal ab da. Oh. Wie kann ich nichts? Ja, nee. Mach mit Schlup, wie ver... Ich mal da eh. Kein Körper, du hau ab da jetzt. Du kriegst hier keine Punkte. Hier außer an Gewährung. Oh, ne. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was soll ich sagen, Alter, so sehe ich nur mal aus, da gibt es ne Menge Leute, die da lachen. Meine ersten 20 Punkte, ich dreh durch. Achtung, ich kann vielleicht nochmal? Ja, der kommt so doll, spring daneben! Freak! Du Freak! Nein! Was ist hier los? Warte, ich muss noch warten. Ich bin mit dem Gesicht... Nein! Nein! Ja! Ah, Abstrauber! Ich soll doch trotzdem vor dir, Sven. Ach ne, doch nicht. Guckst du, ist noch nicht aufgewertet. Ihr seid krank, echt. Freaks. Vieler braucht sofort, Jungs. Täusch von Actionprobleme vor. Ach, Emmerich. Oh! Was hast du denn? Ich wollte den Bus haben. Das war meiner. Bisschen doll. Ui, sorry. Warte, 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 den krieg. Geist recht, bist du voll, er war in den Reimer. Hast du den schon gekriegt? Ja. Hast du den schon gek... Ey, ihr kleinen Pisser, Mann! Hey, du tenho keine Mkami-Schmerz... Der herramient. Es ist hier echt die Energia. Du v reper tickst. Warte, man kann auch wie frei finden. Boah, wie bereit wird... Und Lamborghini. Organization. weiter nein auch leck mich er noch ja das team verlassen so vieler da die ganze zeit da haben sie verlassen mich hier oben links erregert die verlassen ja wollen wir uns in den buchern geben ich weiß nicht so eine welle immer weg da wenn er verregt hat ich lenken rüber er ist war meine absprache mit ich nein nein wollt ihr mich verarschen wollte neben ja was ist denn ja ich auch parade parade wofür heffery kriegt den freistoß jetzt kriegt den freistoß den verkackst du den verkackst du ich auch ich halte ihn scheiße ich werde hier durchgereicht das stimmt nicht ich fühle mich hier wie ein Wanderpunkt ich habe nur 18 Punkten dann muss er was kommen das kann nicht alles sein dico hol dir den Ball mach die Punkte heil dich schade nur hört auf Zeit zu spielen viel taped her na okay ja 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 wie ein Penner hier wieder nicht nö 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 Jetzt hat er das Spiel verlassen, ihr wollt uns doch zeigen, wie's geht. Ich komm nirgends mehr! Alter. Ist er echt rausgegangen. Und sieht trotzdem deine Punkte. Wir machen ne kurze Pause bitte. Die Tränen wegwischen.